Moin Moin, ich bin René Clavoun mit dem 1988er Jahrgang und bin seit 2013 bei der Marke Porsche. Mein erster Bührungspunkt mit Porsche war 2006. Ich fuhr damals einen Peugeot 106 und bin auf der Lombardsbrücke in Hamburg auf ein 99S Coupé hinten raufgefahren. Das war ein kleiner Auffahrunfall. Oh, das ist eine einfache Frage, ganz klar. Braun-weiß schlägt mein Herz. Gar nichts von beiden. Ich bin eher der graue Typ wie das norddeutsche Schiedwetter hier. Weil ich ein Hamburger jung bin und die Stadt Hamburg liebe. Sohn